� Oha, was ist die Welt? Hat jemand Rüchtling für die Arme Erfnuss? Jaa, die Arme Erfnuss! Kann dir jemand jetzt ein bisschen Steine geben? Weil ich bin hier im Lock und kommen die wieder raus. Wir sind hier nicht bei Wer wird Millionär? Wir sind hier bei Survival Games. Ja, wir sind hier bei Wünsch dir was. Wenn ich dich finde, gebe ich dir gerne einen mit meiner Hinzehkolle. Das ist meine einzige Waffe. Ah, ich bin am Spawn, da da wo so ein Loch nach unten geht und irgendwas mit Redstone ist. Komm her, ich töte dich. Wo bist du? Ich bin da, wo du bist. Aua. Ich wohne in deinem Keller, weißt du? Ja, wo bist du? Da am Spawn. Wie? Ich bin bei dir zu Hause. Wie, bist du dann nie rausgekommen? Äh, nee, ich bin nicht genau am Spawnpunkt, sondern in der Nähe am Spawn. Ihr könnt doch mal einen Mainstack sehen. Wieso hast denn du schon einen Schreert? Weil er Hex anhat vielleicht, oder? Das war in der ersten Kiste gleich drin. Ich hab ja keine von den Kisten abgekriegt. Aua. Ja. Anderhaus, meinst du? Ich hab dich irgendwo in Steinsteckchen bewegt. Pass du auf, sonst schlage ich gleich zurück. Ja, schade. Hey, Erdnuss, komm mal zu mir. Bin ich immer noch alleine in meinem Loch der Einsamkeit. Ja, wo bist du? Sag mal, Koordinaten. Du siehst doch meine Handcheck. Nein, bist du? Ach, im Ernst? Ach, da hinten. Ja, hey. Hier unten. Ich hab was kaputt gemacht. Wie bist denn du da reingekommen? Weiß ich auch nicht, aber dieses Loch war schon da und ich bin da reingeflogen. Warum baust du hier nicht woanders was ab? Kann man nicht abbauen. Ach. Warum kann man das Zimmer mit dem nicht abbauen? Das war ja fucking ernst. Ich weiß nicht, ob du mich sehen kannst, weil ich bin ja schon tot. Ich bin ja nur Zuschauer. Was hatte der denn schon alles für'n Krempel? Fuck. Der Endeffekt hat einen kleinen Blick runter. Ich hatte ein Herz. Ich weiß. Aber was ist das? Weißt du, sich erst im Keller verstecken und dann auch noch gewinnen. Hier weg. Baby. Ich hab mein Wort, nice. Und ich hab ne Faust. Hat jemand einen Apfel von euch? Saueren Apfel. Ich kann ihn mir geben. Okay, schissen. Ich wollte doch noch goldene Äpfel kraften, Alter. Schutzzeit beendet. Oh wow. Okay, ich lass mich mal in Ruhe. Nice, der lerne Schissen. Oh mein Gott, da ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum hast du immer ein Steinbeschwert? Ja, klar. Du hast gewonnen gegen mich. Du hast gewonnen gegen mich. Weil, da wird es ja überhaupt richtig weht. Könnt ihr mit ner Angel PvP spielen? Nee. Kann ich mir mit nem Schwert PvP spielen. Ich hab nur ne Holzachse. Ich hab nur nen Helm. Einen auf und einen in der Hand. Und ich hätte zwei rechte Steinswörter. Okay. Dann kann ich alles jetzt Mord vergehen. Wie viel Leben noch hier? Drei. Steht rechts im Spiel am Leben drei. Gestorben einer. Der eine kann sich zu den Spielern tippen. Woher ist der eine gestorben? Woher ist der eine gestorben? Ich hab mich los und halb mir ne Gorbhaus. Und dann kommt mein Gericht an meiner Stange. Weiß ich nicht. Irgendwer muss den einen ja rumgebracht haben. Das bin ich. Und mich wurde von diesen Dingswursttypen angebracht. Das darf man nicht. Von dem größten Loops der Minecraft spielt. All trains. Nach dem Disney. Wir leidigen gar nicht. Ich beleidige dich auch selber. Ich verstehe auch wenigstens. Ich glaube, wir leiden dich gar nie. Den den hab ich auch nicht. Ich esse recht nicht. Dumm Mädels, wo seid ihr? Oh mein Gott. Ich blitze es. Eine Mädel kommt jetzt drauf und macht euch alle fertig. Was heißt das für eine Waffe? Amana. Ich hab ein Holzschwerg. Ich hab ein Holzachsverfahren. Ich hab ein Holzachsverfahren. Ja. Ich hab immer Bock mit mir zu kämpfen. Ich bekämpfe. Und wenn sie dann die Ausfindung einmal am Mann nachkriegen. Okay, ich bin dann leider gestorben. Ja, ich hab hier den Blitz gesehen. Ich war direkt hinter dir fast. Ja, aber ich bin da auch so sehr runtergefallen. Ja, komm, wo bist du, wo bist du? Na, komm ran, komm ran, komm ran. Äh, ich bin da bei Haus im Haus. Ach, du machst ja noch eine Runde mit, oder? Deshalb bin ich tot und stalke hier den Diebe oder den Diver. Wir haben neun Spieler. Nee, ich hab keine Nix an. Na, auf. Wie schrecklich ich spiele. Na, ich stalke dich. Als Toter kann ich dich ja schwirren. Wir haben neun Spieler. Ja. Scheiß drauf, Alter. Das ist Bonus. Bowspam, Bowspam, Bowspam. Bowspam. Die. Okay. Ich kann einfach standzeln, auf einmal. Was kommt nicht auf die Legge? Ennian. Warum fall ich mal in der...